Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir werden schon wieder angegriffen. Was für einen ganz schönen fiesen Gegner. So, baut das bitte schnell auf. Jawoll, sehr gut. Hier kann ich jetzt Connick erschaffen. Ist das eine extra besondere Einheit, Connick, oder? Ist das eine kleine Burg? Okay, Prost. Coole Sache. So, Connick. Was kannst du? Streitkolbenkämpfer. Kann ich noch eine Kavallerie, Spezialeinheit der Bulgan. Kampf der Infanterie weiter, wenn die gestürzt. Wie cool ist das denn? Wechseln die Infanterie in Halt und Punkenschützen. Geil. Das hat was. So, dann hier. Punkenschützen rein. Kann ich eine richtige Burg bauen? Kann ich auch. Aber ich brauche auch erstmal das da. Die Typen sind cool. Gut gegen Bogenschützen. Vielleicht habe ich das wegen die Einheiten. So, das hier ist auch wichtig. Und das ist das wichtig. Zwei richtig wichtige Sachen. Wenn irgendwer da nichts macht, natürlich. Dann, äh, Kreuz. So, hier. Wisst ihr was? Geht mal da hin. Die hat ein bisschen Gold ab. Hier macht noch nichts. Achso, es sind die drei. Ähm, ihr könnt mal bauen. Noch so ein Ding. Haha. Nein. Äh, das glaube ich hört sich nicht lohnen. Hier, macht mal ein bisschen Nahrung. So, das da. Einmal mit Tastatur. Zack, zack. Wir gehen auch um einige schneller. Hm, schade. Ist halt da. Gott sei es. So. So. Meine Gutten. Das Ding wird mich richtig gut verteidigen. In jedem beschissenen Angriff, den er jetzt noch startet. Ach, ist geil, dass sie noch als normale Heinis weiter reiten. Das ist so cool. Ist mal Heinis weiter reiten? Warum soll ich weiter reiten? Also, wenn sie, Pferd stirbt, oder wenn sie sterben, dann haben sie einfach nochmal, keine Ahnung, ob sie nochmal Leben haben, aber, äh, dann können sie halt nochmal weiter kämpfen, nochmal als Fußsoldaten. Und das ist doch noch was cooles. So, Geschosse, die brennen. So. So, ich bringe mir noch einen davon. So, jetzt wer auch einen vernünftigen Streit macht, der ich arbeiten kann. Ach ja, dass dieses Feld eingeführt haben, ist immer noch göttlich. Das erleichtert das ganze Spiel. Oder macht es flüssiger zum Spielen, dass du nicht immer auf die Felder achten musst. Einfach nur schön. So, ihr seid die neue Gruppe 1. So, ich stelle da hin. Ich weiß noch nicht, was ich mit euch drei anfangen soll, jetzt, aber egal. So, nochmal 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ist das Ding auch voll? Das ist so eine Art Mini-Burg, würde ich schon sagen. Hat die Hälfte an Lebenspunkte wie der andere und kann aber trotzdem alles andere machen. Wie eine Burg halt. So, der ist fertig. Schatz, dass ich das nicht damit nicht handeln kann. Apropos handeln. Ich könnte ja mal das Ding bauen. So, ich komme am Ende Gruppe 1 und, äh, euch ziehe ich jetzt mal hier durch die Lande. Das wird ein Streitkolbenkämpfer. Ist auch mal was Neues. Aha, so sehen die aus, wenn die Abgesessene. Ah, die Abgesessene sind. Okay. So. Ich mache einfach mal weiter. Hier, Zimmerverbündeten. Brauche ich auch sowieso nochmal hin. Kommt die da nicht hin, oder? Was ist los? Ah, ein Fluss ist im Weg. So, ganz da hin. Okay. Können wir nicht mehr weiter. Jawoll, ja. Jetzt hätte er aufgeschmissen, ne? Mit einem blöden Anglöfen. So. Jetzt habe ich nämlich alle Zeit der Welt. Und das Goldkriegen wäre durch die Reliquie rein. Frätener Bogenschütze. Wieso stehst du hier hinten alleine rum? Warum bist du damals nicht damit zurückgekommen? Ah, ich verstehe das nicht. Das ist mit dir nicht in Ordnung. So, hier können wir auf jeden Fall noch goldenen Steine abbauen. Dann gehen wir doch da auch mal hin. Wo wir da hin? Oh, ist verbündet? Hä? Okay, ich muss mich ja wahrscheinlich durchgraben, damit ich da mal reinkomme. Und da ist es so. Ich muss die Haste, die Haste runterziehen. Oh, hoffen. Oh, hoffen Sie, ich muss mich ja überhaupt nicht verletzen. Ich muss die Haste ernettern. Oh, hoffen Sie. Oh, hoffen Sie. Man weiß ja nie, wenn man das verbrauchen kann So, federfiehig Okay Sonst dann tun wir es wieder außerhalb So, haut die mal, knüppelt die mal weg Ja So Reingriff Nein, ihr bleibt hier drin So Sehr, sehr cool So, die haben zu tun Ich pulze hier neue Okay Ich brauche Häuser Ich weiß, ich weiß Können wir schon gut Stress machen, ne? Meine kleinen So So, klappt das dann Oh, schade So, jetzt haben sie mich Alles klar Vollkrieg immer Und dann kann ich auch Die machen 85 Das ist gut Ups Äh So So 20 von 20 Damit kann ich arbeiten Ähm Wie langweilt euch Alles klar Dann, ähm Da ist Stein Kommen wir doch einfach mal den Feind Du kannst nochmal irgendwas bauen Das haben wir Das haben wir Das haben wir Leidungswaffen fehlen noch Ja So Jetzt sind sie aufs den Weg Wenn man eine Geile verbündet ist Ich habe doch gesehen, dass man verbündet ist, oder? Alles, was du machst Ist einfach mal dahin Einmal, ob ich wissen will Was passiert Ah, ist mir echt zu teuer, ne? So, dann Das haben wir So eine Schmiede fehlt uns noch Wollen wir nochmal eine Schmiede Das ist gut 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 Eine Burg könnte ich auch noch bauen, aber Irgendwie fehlt mir ein bisschen Stein Ja Ja Darf ich denn hier einfach rein? Was sag ich dafür rein? Jetzt hab ich gedacht, das wäre feindlich, aber Der Volköl verbündet unser So Jawoll Was wenn du jetzt weiterkommen würdest So, Stress haben die schon mal gemacht Das sieht auch bisher ganz gut aus Okay, das ist nur so ein kleines Ding Ähm, okay Das ist ein kleines Dörfchen Verbündet Grün ist verbündet Ach ja, grün ist auch verbündet Hm Noch eine fette Burg Okay Äh Ich hab eine Schmiede Scheiße Ich hab ja so ein Ding schon Okay Das haben wir Das haben wir Das haben wir Wir haben eigentlich alles Außer eine fette Burg So Dann haben wir jetzt auch eine fette Burg Hier muss ich mal jemand durchhaken Ich will hier hin Wenn die drei fertig sind Dann machen die das mal Wofür Hat er seine blöden Bogen? Er hat eh kaum was gemacht Oh, hier ist noch Gold Ihr lasst ihn mal stehen Das ist ein nahegelegenes Dorf Und verteidigt sich Das ist doch mal ein nahegelegenes Dorf Wie soll ich das denn verteidigen? Ich muss ihn, glaube ich, platten machen, oder? Kann auch sonst nicht sein Ist er nicht draufgegangen? Ah ne, einen hab ich Von hier weggeschickt? Ja, kann sein Von hier darüber Dann warst du das hier Ach, bleibt dann rasch stehen Nochmal? Wie viele hat er denn? Jetzt hat er so viele Bogen Warum macht er unsere Gegner nicht einfach platt Wenn der nur eine hat Interessant Alter, Schwede Warum hat er überwogen? Wird schon fast behaupten Dass der sich uns feindlich gesinnt, aber Hm So Du? Bist noch Stein Ah Oh, schöne Miene hier Ach, schade So Du Kannst auch nichts Neues mehr finden Oh, doch Hier Hier ist noch ne schöne Brücke So Team 1 Angriff Eigentlich nicht Ich werde jetzt mal hier jetzt hingehen So Acht Die nichts machen So Da sind sie Hier So Hat der Mit drei zu tun So Hier geht auch nochmal runter Zack Fertig Hat einfach unglaublich viel Überall Das gibt's doch gar nicht Hm Da Was ist dein Ja Oh Kann noch unten lang Alles klar So, sind wir hier im Weg Nichts im Grunde Ah doch, ist noch ein bisschen Gold Ist überall Gold Das gefällt mir ja schon irgendwie Aber, ja Nichts nutzen kann ich das gerade noch nicht so So, wir wissen jetzt auf jeden Fall Dass er unser einziger Feind ist So, was haben wir hier? Eine Angriffsgeschwindigkeit für leichte Kavallerie Und Chroniken Ist noch Chroniken, ne? Ja Angriffsgeschwindigkeit Alter, schee, das ist nice Naja Ein falsches Und sie hackt sich da durch Mutige Frau So, jetzt habe ich wirklich alles erkundet Auf dieser blöden Karte Da geht es eigentlich nur über ein paar ein bisschen Gold Und sonst gar nichts Ich dachte, ich finde vielleicht mal irgendwo Ein bisschen was besser ist Weiß auch nicht genau was Guck mal, hier kann ich auch kundigen 60, 70 Okay 60, 70 Ist das gleiche wie hier Also kann man sich das Ding sparen Weiß ist wahrscheinlich günstiger, ne? Oder fahren wir bis zur Explosionsheilung Jetzt nicht Naja, auch nicht so schlimm Allein die fehlen So, haben wir denn was zum Handeln? Waren wir so nebenbei gefragt Was? Wie hat er das denn gemacht? Der sheetet doch, wo er kann So, handeln kann er irgendwie? Irgendwo Ne Was sind blöder Verbündete? Ach, dann halt nicht So, was haben wir? So, dann werde ich das dann greifen Und dann die Dinger Dann muss er ja irgendwann mal rauskommen So, in der Zeit können wir schon mal weiter produzieren Was passiert denn, wenn ich hier reinkomme? So, dann Da ist alles nieder So, ich stelle euch nochmal auf aggressiv Dann können wir nicht machen, was ihr wollt Und wir produzieren fröhlich weiter Nicht genügend Gold Schade So, wir haben auch gesehen Hier haben wir ein bisschen Gold Da haben wir auch noch Gold Und Was die hier machen werden Weiß ich auch noch nicht Ich knüppel mich da durch Ich weiß, ich könnte durchlaufen Aber ich will nicht Guck mal hier was Neues Ich will nur wissen, was da passiert So, jetzt machen wir diesen grünen Turm auch nochmal kaputt Danke So, Angriff So, macht den ganzen Scheiß mal kaputt Na, schafft das? Jawoll So Probiert es hier hin Achso, stimmt Aber du kannst hier auch mal anfangen Zack Dann wird es gleich mitgemacht Ihr könnt das da machen Genau Oh, schade Nur mal den Baum da noch weg Dann kommen wir eigentlich durch Oh, er hat noch eine Burg Das ist doch nicht so geil Oh Haut es weg Haut es weg Danke Ist nur noch das da Dann hat er nichts mehr Er hat auch den Stein Aber Okay Er hat doch noch was Oh, es reißt es weg Ich will wissen, was passiert Wenn ich hier reinlaufe So Er hat nichts mehr Hier ist noch eine Reliquie Sicher jetzt erst Man sollte mehr Diese Dinger hier angucken Glaub ich Da haben wir schon mal eine gefunden Hier unten Genau Ich weiß, wo grüne Dörfer sind Hier kommen wir her Macht sich kaputt So Wir können jetzt endlich mal durch Hallo Leute Wieso dürfen wir hier nicht zu euch Wow Das ist ja Konstantin Cooles Teil Boah, ich mag ja Streitwagen, ne Aber das Ding sieht ja mega aus Mit drei Pferden vor Krasse Sache So Dann können wir jetzt auch mit dir Handeln Wer bist du? Georgie Terta Aha Ah, guck mal Ich kann sogar noch weiter Wo führt uns das hin? Das interessiert mich mehr als hier gerade Moment Der Gegner kommt hier lang Aber ich nicht Nee, kann nicht sein Was ist hier? Wer ist hier? Ist gar nichts Merkwürdig Aber der Typ gefällt mir ja, ne? Mit so einem Streitwagen So, knüppelt alles nieder Gruppe 2 Hier helft ihn dabei Zack Dener noch Ja, ich weiß Überall böse Gegner und so Ein Anführerzelt Haben sie auch noch Schade, dass er nichts macht Jetzt wo ich ihn befreit hab Quasi Aus seiner Gefangenschaft Im Wald Okay Hier ist nichts mehr Gut Wir schnappen uns ein bisschen Gold Bringt uns 54 Nice Ist ja gut Ist ja gut Ist ja gut So, Team 2 Angriff Gut Wir wenden aber hier den Part Ich denke Wir werden das gewinnen Jetzt wo ich die ganze Karte kenne Und eigentlich nur verbündet Überall sind Und seitdem das Ding steht Haben wir eh gefunden gehabt Ähm Ja Wir werden hier Und bis zum nächsten Mal Ciao